Wika und Maxim lebten in einem gemütlichen Haus am Stadtrand. Sie hatten einen Schäferhund namens Lada, einen großen, klugen und treuen Hund. In letzter Zeit bemerkten die Besitzer jedoch ein seltsames Verhalten bei ihrem Haustier. Eines Tages, als ihr Baby im Bett schlief, knurrte Lada plötzlich und versuchte sogar, das Kind anzugreifen. Wika und Maxim waren entsetzt über das Verhalten ihres Lieblings. Sie wandten sich sofort an den Tierarzt, um herauszufinden, was eine solche Aggression bei dem Hund verursacht haben könnte. Der Arzt wies darauf hin, dass ein Mangel an Aufmerksamkeit und Beschäftigung der Grund für ein solches Verhalten sein könnten. Wika und Maxim beschlossen, alle Maßnahmen zu ergreifen, um Lada zu helfen und die Situation zu verbessern. Wika schlug Maxim vor, mit Lada zu schlafen, damit der Hund sich sicherer und geborgener fühlte. Maxim war nicht gerade begeistert von der Idee, mit dem Hund zu schlafen, aber er war bereit, alles für die Ruhe und Sicherheit seiner Familie zu tun. Bald wurde ihnen jedoch klar, dass Ladas Verhalten mit etwas anderem zusammenhing. Eines Nachts, als sie von einem seltsamen Geräusch auf dem Dach aufwachten, entdeckten Wika und Maxim ein kleines Kätzchen, das in einem Abflussrohr stecken geblieben war. Das Rohr verlief entlang der Wand, an der das Kinderbett stand, weshalb der Hund an dieser Stelle knurrte. Das Kätzchen war verängstigt und erschöpft und brauchte dringend Hilfe. Dank der gemeinsamen Anstrengungen konnten Wika und Maxim das Kätzchen retten und bei sich zu Hause aufnehmen. Es schien, dass die Gesellschaft des kleinen Kätzchens Lada fröhlicher und ruhiger machte. Der Hund fand einen neuen Freund und das Kätzchen fand ein Zuhause, in dem es geliebt und umsorgt wird. So halfen die gemeinsamen Aktionen von Wika und Maxim, das seltsame Verhalten von Lada zu klären und führten zu einem glücklichen Ausgang für alle Beteiligten der Geschichte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.